Und damit herzlich willkommen zu E-Play Radio, es ist 20 Uhr, herzlich willkommen, ich bin der Benni und gleich nach dem Lied gibt es ein paar weitere Informationen hierzu. Bis gleich. When we sing, words we bring, and the story comes alive. To share a thought, inside it falls, the meaning wants to hide. But do you know, what's always new? Tell a friend, and talk it through. Don't be yellow, when I'm blue. It is a mystery, give me a clue. I won't sing that you're wrong. Everybody sing along. I won't sing that you're wrong. Everybody sing along. I won't sing that you're wrong. It is a mystery, give me a clue. It is a mystery, give me a clue. It is a mystery, give me a clue. Everybody sing along. Telerity ho, scream for more. Everything oh, everything don't. Crowd and joke, face alone. Dance to explode, vibe like a song. Telerity ho, scream for more. Everything oh, everything don't. Crowd and joke, face alone. Dance to explode, vibe like a song. Mobility ho, scream for more. Just a bit of a song. акpris, dance to explode. Stack, I'm going to stop. Get a moment. Anybody spot for a song. Jo, es ist 20 Uhr, 3 Minuten. Ich bin der Benni, wunderschönen guten Tag. Heute natürlich auch wieder der Marco mit dabei, ab 21 Uhr. Der würde euch unter anderem auch neue Musik bringen. Und wir werden hier natürlich darüber sprechen, über Games, Entertainment und so weiter und so fort. Also alles das, was euch interessiert. Wenn ihr Grüße und Wünsche habt, einfach bei uns in die großen Wunschbox rein. eplayminus.tv.de Dort oben dann auf Show und dann auf Kursbox gehen. Dort findet ihr die dann. Und dann einfach reinschreiben und dann hab ich sie auch schon. So, wir fangen auch erstmal an. Es ist ein neuer Titel, nein, es ist eigentlich kein neuer Titel. Ich hab ihn von Marco. Ja, ich krieg auch mal was von Marco. Das ist nämlich Pendulum mit Granit. Oder Granit. Und den wir jetzt hier mal spielen. Das ist schon mal ein bisschen so eine Anstimmung darauf, was denn so der Marco spielen würde. Und das ist nämlich dieser Titel hier. Nachdemrir. Kannst du gerne mal hin? Ja. Musik 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 Final call for the same song when they get closer And with the fall from grace I will be done The show is over It's a new time You'll be the space behind I'm clearly but self-mined They're the only ones if you're a romantic man This is my only way They are standing by, no time tied No waiting halfway You are sucking life in the needle's eye This is a new day And they have won We will surrender now We'll be out of time left in the open It's the calling of a rise And they are the future The future When all your fears combined The manifest was refined The manifest was refined I know you really tried to understand This is a new way This is a new way It's a new way The future It's a new way This is a new way It's a new way So, Pendelome mit Granit als Vorgeschmack dafür, was das gleich um 21 Uhr gibt hier auf E-Play Radio. So, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen Musik spielen. Denn ich muss mal ganz schnell hier mal ein bisschen an der Qualität drehen. Achtung. Und, ist was aufgefallen? Ich glaube nicht, ne? Also, wir sind ganz normal wieder da. Wir mussten nur ganz kurz mal die Geschwindigkeit von 192 Kilobit auf 128 runterdrehen, denn sonst macht unser Player das hier gerade nicht, unser Recorder. Der meckert da ein bisschen rum. Ja, 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 das kann der. Aber wir wollen ganz kurz mal zu einer News kommen. Nämlich das Playstation Network. Wir kennen's alle. Jeder vor allem auch, der einen PS3 besitzt. Seit Mittwochabend ist dieses ausgefallen, erklärte das Unternehmen, dass bis zur Funktionsnötigkeit noch abwarten müssen. Es gab da russisch nämlich einen Hackerangriff, der hat nämlich dort stattgefunden. Und man über optimiere grundlegend die Sicherheit. Es handelt sich hier eventuell um ein anonymen, angedrohte Attacke. Sollte die es zutreffen, hat die Hackergruppe allerdings sehr inkonsequent gehandelt. Denn, ja, hätte Sony nämlich auch abzielen können, die abzuzielen können, also zurückverfolgen. Und aus ganz frisch, neu heißt es aus seinem IAC-Sanal, nämlich haben die Anonyme haben sich Anonyme offenbar dem derzeitigen PSN-Angriff distanziert. Also, ja. Bleibt abzuwarten, was genau das war. In diesem Sinne einfach mal warten, bis es wieder da ist. Wird wohl... Oh, Poller. Ich hab hier eigentlich nur drei Regler, die wichtig sind. Und ich verstehe für die rechte Seite. Für die Linke, Entschuldigung. Ja. Alles hier an Reglern. Ist nicht gut. Ja, könnt ihr einfach mal uns schreiben, wie ihr das findet, dass das PlayStation Network schon seit so langer Zeit ausgefallen ist. Ich glaube, ihr seid auch nicht sehr darüber erfreut. So, wir machen weiter mit Musik. Fret 1000 Nox de Coco Den haben wir jetzt hier für euch. Dazu viel Spaß. Und ja, wir hören uns dann natürlich noch gleich wieder, ne? So wie es sich gehört. Und auch wenn es noch die letzten 30 Sekunden sind, das ist jetzt sowas von wurscht. Bam 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 bam. Ich play Radio. 20 Uhr und 12 Minuten. Ich bin der Benni. Wunderschön. Guten Abend. Und. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020